Untertitelung. BR 2018 Jetzt starten, wie gesagt, nach Hans Albers unsere Leute, unsere Models in voller Montur. Und dem Reinhold. Es folgt dann unser Rainer. Tina und Carina. Die schönen Schwestern, Raffaella und Stephanie und Eva und Lydia. Die haben ja auch noch viele kleine. Unsere beiden Mädchen, Valentina und Kerstin. Und das ist um und früh und neun, meine Kleine ist dabei. Jetzt ist die Rechner, dann bleib ich hier. Und roll sogar bis zum Zeh. Ach, mein Gott, wir wollen zusammen mal rummeln. So, und unsere Vigiana, mir jetzt gehört. Oh, sehr riech, aber nacht um mein Wein. Die Lied, die Lied. Doch du mehr hast, doch doch kein. Wie ist es, die Lied? Hey, komm her. Ich gehe mal etwas weiter zu Elvis. Jailhouse Rock. Ich freue mich, dass unsere Models jetzt so richtig abfetzen werden. Die Lied, die Lied, die Lied. Die Lied, die Lied, die Lied. Die Lied, die Lied, die Lied, die Lied. Die Lied, die Lied, die Lied. Die Lied, die Lied, die Lied, die Lied, die Lied. Die Lied, die Lied, die Lied, die Lied, die Lied. Die Lied, die Lied, die Lied, die Lied, die Lied, die Lied. Die Lied, die Lied, die Lied, die Lied, die Lied. Die Lied, die Lied, die Lied, die Lied, die Lied. Und daran haben wir heute mit Herzen zu dürfen. Hallo, hallo, Sie hören jetzt die letzten fünf Minuten der Interessanten, übergrables internationalen Fußball-Wettspiel, Teambein 04 gegen Minizko-Stieker. Das Spiel steht 45 zu, ja, das weiß man noch nicht, nein, das weiß man leider noch nicht, wer alle zwei Minuten will, mehr drei Ohren. Sämtliche 32 Kassen befinden sich noch dem Spielfeld, verzeihen Sie, denn wir sind manchmal die Spieler, befinden sich noch im Fallon. Ihnen hat der Mittelstürmer von Minizko den Ball nach rechts gegeben, nein, das ist der Fall, der Schuh vom Schiedsrichter, aber ein anderer Stürmer tritt etwas nach vorne. Was tritt denn nach vorne? Ah ja, den Ball natürlich, den Ball und alle anderen ihn nach, die setzen ihn nach, die rennen ihn nach, die laufen ihn nach, denn man wird sogar sagen, die segeln ihn nach, denn der Zufall des Spielfeldes ist geradezu katastrophal, sämtliche Spieler stehen, die zu den Krescheln im Wasser vom Ball ist leider ein und ein nicht zu sehen. Die Zufall des Spielfeldes Die Zufall des Spielfeldes Die Zufall des Spielfeldes Die Zufall des Spielfeldes Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020